Die Wüste Die Wüste Ich habe sie ja schon ein paar Mal gesehen, wo sie stehen Aber ich denke mir so Der Gibi Panther steht jetzt Da auf der 5 Ah 5 Und ich werde mal weiter die andere Seite abdecken Denke ich mir so So Tja Déjà vu, ne? Schon wieder war die Aber naja Ja, die Runde war auch gut für mich Also wie gesagt, das ist ja einer So E25, kommen wir da schon ran? Nein Nix da So Naja, der schießt Das wird nichts werden Nee, das geht nicht Das geht nicht Ich weiß gar nicht, ob ich es probiere Kurz vorher hat sich die Linie geändert War wohl doch zu knapp Ja Ich glaube jetzt habe ich den Richtantrieb drinnen Kommt mir so vor Dass die Einziehezeit ein bisschen schneller geht Nee, da komme ich nicht ran Und bleib doch mal stehen Ich habe was Schönes für dich Stehen bleiben Nur Bleib stehen Ja, jetzt wieder bewegt Der wird dann nicht mehr stehen Nee Das bringt nichts Ah, er stand doch noch da So, yes Ah, jetzt fährt er weg Ja, das wird jetzt wieder nichts So Ja Irgendwo hingegangen Aber nicht dahin, wo er hin sollte Ich weiß nicht, ob die Position so gut ist Ich glaube nicht Ah, hier, ob er gab 60 Klamotten Oho Rennauto Ja, ich Die Position muss ich nochmal gucken Wo man am besten steht So ein paar kenne ich ja So So Jetzt probiere ich es hier auf der Seite Noch kein Treffer gelandet Sind ein bisschen im Rückstand Aber schön sieht sie schon aus, ne Die Arti Mit diesen Rohren und so Also ich finde die sieht toll aus So T-150 Wie sieht es aus? Möchtest du was haben? Jawohl Ja, ich muss wehtun 322 Ja, ich hätte jetzt vielleicht auf Die Premium Aber Scheu ich mich Wäre ich vielleicht besser durchgekommen Okay Geschützansicht habe ich nicht So 150 So Kann ich den da retten? Den Oh nie Gute Nacht Und ohne den Oh nie einen Katze zu verpassen Das Die hat sich bestimmt gefreut Ja Lecker Specker Ja Also die Runde wird auch Zweiter Klasse werden Ne Auch nur so kleines Zeug Kämpfer und Schläger Ne 33.131 Credits Und davon 22.000 Raus Auch 131 Das ist ja witzig Und Ja Aber Kommt noch ein bisschen was dazu Ne Es ist noch kein Großen Abzeichen oder so Ne Aber war schon Schöne Gute Nacht Er wollte es ja so So Schnappsaal eintrinken 888 Schaden Oh mir gefallen diese roten Kreuz Schädel da So E25 536 Hast du noch für mich Aber ne Jetzt war noch 300 Wird aber weniger Was ich kriege Ne Will ich nicht IS Komm her 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 Ach Kaiser Weg ist er Weg ist er 9 zu 9 T34 Ey Klau mir nicht so viele Punkte Schön da bleiben Ich möchte in deine Seite Prupeln Na Na Schieß ich oder nicht Nein Ich warte Oh Ach ne Ich dachte mein Video Läuft nicht Aber ich warte Auf der Minimap Sieht man Wie sich der E25 Bewegt Und Der Ton läuft auch Ich Ich dachte ich bin da hingeschlafen Und warte Und warte Wo ist er denn Ach da ist War einer E25 820 Hitpoints noch Nicht wegfahren Nicht wegfahren Nicht Oh So jetzt bin ich da weggegangen T34 37 720 Meter Betroffen Ups Drei Drei Kills 10 zu 10 Irgendwas muss doch hier noch passieren Ey der hätte weg sein müssen Ey der hätte weg sein müssen Dieser Zwerg Kann aber nicht wahr sein So 1394 Schaden Drei Kills Eine Minute Ich hoffe ich habe Aufnahme gedrückt Sonst kann ich dir Kann ich alles normal erzählen Hier Ganz vergessen Ja hier Da Da IKV 652 Oben drüber So Tock 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 Zwei Die Zeit läuft 46 45 Sekunden Sie läuft 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 37 Und Ja Super Wunderbar Gute Runde еля Gute Sie 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 Wie Sie Sie K Sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020